Jungens, ihr hier und ich in Australien, was los? Tja, Australien ist nicht für uns gut, wir sind hier in Deutschland auf der Jumimus-Gala und liebe Leute, wir machen hier Party heute für den guten Zweck, das ist uns ganz, ganz wichtig, ja. Mein Vater, mein Onkel, die beiden frisch gefärbte Haare, die sind auch hier, also. Die meisten Zähne habe ich ja gerade gesehen, wo hast du die denn her? Na, mir ist da so ein bisschen was weggeplatzt und habe ich die so ein bisschen anstreiken lassen. Aber Australien war fast richtig, aber wir sind fritsch aus Kuba gekommen, sieht man noch ein bisschen an der Farbe. Jumimus ist ein Muss für uns hier hinzugehen, eine super, super, geile Veranstaltung. Jumimus heißt sie? Jumimus, vor allen Dingen für ein Charity, da tun wir auch's, wir schwanzern auch ein bisschen, das ist unverständlich wichtig. Wir haben Projekte für Kinder und so, richtig affengeil. Du sagst, ihr wart im Urlaub, habt ihr die Valencia dort gelassen oder wo ist die? Tja, die Valencia ist leider heute nicht da, liebe Freunde. Valencia und ich werden privat uns ein bisschen nicht mehr so oft zusammen zeigen, aber naja, macht ja nichts. Florian fühlt sich ein bisschen eingeengt heute. Also die letzten Tage, war für mich auch ein bisschen überraschend, mal gucken, ob es sich nochmal entwickelt. Aber beim Florian, glaube ich, wenn er einen Entschluss getroffen hat, steht er auch fest. Ich kann in seinen Gefühlen nicht reingucken, in seine Gefühlswirkung es nochmal abhaken. Hallo, hier ist die Marielle Ahrens und ihr seht mich beim Partyprinz, oder? Seht ihr mich da? Doch, ihr seht mich da. Ihr seht sie dort. Was? Was? Ja, ihr seht sie dort. Bis zum nächsten Mal.